Hallo, ich bin Stefan. Ich bin Maler bei der Firma Schlagenauf AG im zweiten Lehrjahr. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Einblick in mein Berufsleben. Mich für das Spezielle an der Firma Schlagenauf AG ist, dass man spezifisch auf die LAP vorbereitet wird, indem man Koi zur Verfügung hat, wie der übertreibliche Kurs. Die Koi haben die Originalgrösse der LAP, das heisst sie sind gleich lang, gleich hoch, gleich breit, haben die gleichen Sachen drin. Ich finde das sehr gut. Ich habe eigentlich keine Lieblingstätigkeit, weil ich alles gerne mache. Wenn ich mich für eine entscheiden müsste, wäre das Wendstreich, weil es erstens gratis Fitness ist und zweitens sieht man am Schluss wirklich, was man gemacht hat. Es macht Spass. Die Voraussetzungen sieht man, man muss gut mit Menschen umgehen können, mit Kunden, man muss gut geduldhaft, manchmal auch mit alten Leuten, so wie mit jungen Leuten, die nicht ganz draussen kommen. Man muss gut erklären können, man muss gut im Team arbeiten und Teamfähigkeit haben, und immer anständig bleiben. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Wenn es euch gefällt, dann bewerben wir euch jetzt bei Schlagenaufrag.